Du warst live, steht hier. Live is live. Gucken wir mal, ob das auch stimmt. Ob es tatsächlich live sind. Ob auch alles klappt mit dem Ton. Oder ja, du. Schöne den Ton zu klappen. Und wow. Katja ist schon rum, du. Moje Katja. Machen wir eine kleine Privatkur. Nicht mehr für Katja ganz allein. Wie geht es, Katja? Weißt du heute im Joggen? Setzt du im Kanapé? Wie geht es dem Emma? Wie geht es den Katzen? Könntest du mal an den B2 zoomen? Da mache ich vielleicht den Wochenrückblick. Was wollte ich so? Ja. Geht den Ton, Katja. Ist den Ton okay? Ist das Bild okay? Nee. Keine Antwort. Ja. Das ist ein bisschen blöd beim Videochat. Mit der Verspätung. Katja schreibt. Ich habe fünf Stunden am Gart geschafft. Moje Sarah. Weil du hast ja auch eine große Gart. Also die Film, den ich gesehen habe. Mit der Mama, mit der Katzen. Was tut krass gemeint. Katja schreibt den Ton also okay. Und das freut mich. Ja. Und Sarah. Sarah. Könntest du mal auch an den B2 zoomen? Für die Klasse von der Gemengelitz. Zum Beispiel machen wir in einem Wochenrückblick. An ein bisschen Aktualität an den Medien. RTL, Eldoradio. An den TH als Orto. Das ist fantastisch. Das können wir aufhinken. Vielen Dank, dass du mich nicht vergessen hast. Ich habe gerade Zoom mit den Schülern vom INL. Also Zoom ist definitiv mehr einfach. Das ist viel mehr einfach bei dem Videochat. Allerdings technisch. Zoom kümmert sich um alles. Bei YouTube müsst ihr alles anstellen. Zoom ist auch flott, weil ihr direkt Kontakt hört. Ja, ihr müsst ihr mal sehen. Möje Mouanesa. Mouanesa, du wäßt haut ne dam Zoom. Mouanesa, wir müssen den Test haben. Wir müssen den Test machen. 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 Wir müssen telefonen. So, wir müssen den Test machen. Mouanesa, s'il vous plaît. Dites-moi, wann kann ich Sie telefonen für den Test machen? Merci. An den Katja. Ja, ich habe alles gemacht. Möje Mouanesa, schon alles gekärschert. Gekärschert. Das ist ein Verbe. Alles proper gemacht. Staubsauger plus Kärscher mit Wasser. Sarah sieht, ja, das ist okay für die Kur. Möje Mouanesa, Lachsolle schreibt, salut. Merci, Lachsolle, dass du da bist. Na, steht das auch da. Schon zwölf Leute gucken. Möje, dann fängt man an. Was tun ich jetzt dafür heute präpariert? Ja, die Kur ist heute für meine Klasse A22 oder meine Zauklassen A22 beim INL. Und dann machen wir das Kapitel, wo es schon abgeschrieben ist, sieben. Ja, und das ist beim Doktor. Möje Madoo. Dann gucken wir uns das an. Das ist dann hier. Voilà. Und hier gesehen, A22 hat das gleich gehört mit seit 100, da und seit 100, ingemacht. Und halt mal mit seit 110 und seit 111. da finde ich auch ein bild mit einem doktor geholt das thematisch passt und da gucken ich mal seit 110 und manche schäger aus für ihr stadt er alles gut lesen kann kennt also beim doktor kamera steht dann setzen ja du musst du passest du musst oder das problem beim live chattel muss alles 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 so wie du es aber viel mehr menschlichkeiten beim video chat fahrzeug so ja los stehern ist nämlich beim doktor das ein position dr als ein person und dafür hören wir bei das dativ bei dem er bei dem fusioniert er geht es beim doktor also für die wo du buchhund schweizelitz bei uns R2, wir sind seit 110 und da steht auch Nummer 1, liest das vokabular an der köst und guck tscheltachschach tscheltachschach, das sind die petite vignette so the little signs, tscheltachschach wenn ihr nehmt mir das leidt ob lützebäuer schreibt, dass lützebäuer wird bei dem richtigen schildchen das ist sehr schlecht, dafür richtigen tscheltachschach und dann nur da habe ich lauter doktoren und innen drinne habe ich die lützebäuer Bezeichnung dafür aandoktor, kannadoktor, freandoktor, psychiater, kinetärendoktor, hausdoktor, hauddoktor, gastrologe und zendoktor an der muß da lo, die nimhai bei die richtige schildachschach setze moya mola, moya natalia natalia, du baßt doch auch bei mir nall ma der muß ich auch nach den test machen, wann schläft natalia könntest du einfach an den zoom oder schrufen dir über telefonen De Nabil Astou, salut Nachit Astou, Alexandre, Mola Merci Wie viele Leute gucken da lo, was steht da 21 lang Am zoom waren wir lo zu Ning, haben wir viel in den Shop geschrieben Also 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 waren wir zu 8 Und am zoom gestern für WDL war kein Mensch, null Person Da muß ich das abbauen Äh, ja, also da muß da hei, äh, die, äh, die, äh, nim, äh, bei, die richtige schildachschach setze Ich weiß nicht, äh, direkt die Lesung, weil die Tüche Leute wissen, dass ich hei groß, äh, franzäisch, äh, wir da hei verlesen Voila, also Dermatode, das ist der Hautdoktor Ophthalmologie, das ist der Eindoktor Pädiatrie, das ist der Kanadoktor Die Kinesi-Therapeut, das ist der Kinesi-Therapie, das ist immer auch die Kine Psychiatrie, das ist immer der Psychiater Äh, veterinär, das ist der Därendoktor Der Därendoktor, das ist der Zähndoktor Der Gastrolog, das bleibt Der Friandoktor, das ist immer auch der Ginekolog oder die Ginekologin Äh, veterinär, also den Urolog oder die Urologin Äh, und dann haben wir auch den Medizin-Generalisten, das ist der Hausdoktor Voila, wir werden froh Moinachse, alles an der Reihe Vielmals, merci Dann, äh, könnte Nummero 2 Äh, lauscht das Gespräch Bei wir gehen Patienten Lauscht das an der Thea Zöl Bei die Meiselisch Schelltachschach Und da hat er dann Hei, äh, seit Äh, den Audio 143 An den Audio 147 Und ich weiß in der Stand Transkription, die heißt an ihrem Buch Seite 183 Bei dem Doktor Und dann haben wir die verschiedenen Gespräche Und, äh, die lauscht Und ihr könnt mir da froh stellen Moin Nicole Wenn ihr Wurde, wer das nicht versteht Dann versichern erst, erst Zu übersetzen Ich hoffe, den Trick, der klappt Allere Menke, ja, Risiko Wann etwas mit dem Audio nicht klappt Dann, äh, schreibe das an Ähm Da schreibe das an den Chat Und Alexander freht Also deren Doktor Das selbe ist wie Fee-Doktor Ja Mit Fee als ein bisschen Das größte Fee Und das, ich meine Fee-Doktor Als ein bisschen pejorativ Deren Doktor Veterinär als besser Weil Fee als so Ja, Fee-Doktor Ja Das größte Fee Äh, ja, also ich meine dann Heut ein Audio aus An der Mensch Ein Audio Und für Die Audio-Statei zu lauscht Und im Moment schon Lauschtat Gesprächer Bei Virgin-Patienten Lauschtat Anna Thea Zühl Bei der Mischle Schölder Und Gute Mütisch, Madame Marx Herr Till, wie gehtet ihr euch? Für den Moment eigentlich ganz gut Annias? Nicht immens Ich geseh nicht mehr gut Er kann da für den Moment kein Auto fahren Oh, mein Ja, ein schöner Mütisch-Rendezvous beim Doktor Lauschtat Gesprächer Bei Virgin-Patienten Lauschtat Anna Thea Zühl Bei der Mischle Schölder Und Gute Mütisch, Madame Marx Herr Till, wie gehtet ihr euch? Für den Moment eigentlich ganz gut Annias? Nicht immens Ich geseh nicht mehr gut Er kann da für den Moment kein Auto fahren Oh, mein Ja, ein schöner Mütisch-Rendezvous beim Doktor Zwei Aber für was braucht ihr ein Rendezvous, Monsieur? Schon sind ein Püde, der ist so den Bauchweh Das bald nicht auszuhalten Ich kann euch nach Hause um halber Elf proposieren Das ist gut, merci Zwei Und für was braucht ihr ein Rendezvous, Monsieur? Schon sind ein Püde Drei Was ist der Matthias? Oh, mein Genick ist ganz steif Ich kann die Kappe nicht reinen An Muskeln am Rixi noch ganz verspannt Soll ich die Re-Kabine-Re-Kommandieren? Nee, das ist okay Ich gehe schon sind ein Püde Jahre auf dieselwisch Platz Feier Angie Hast du auch gerne Kaffee? Nee, merci Ich verdrohende Moment kein Kaffee Vielleicht kriegst du ja ein Puppelchen Jo, das kann Sinn Morgen ist bei den Doktor Fünf Lilly, ist alles an der Rei? Nee Ich habe mein Zahn so weh Mein Bauch fühlt sich richtig geschwolle nun Ja Und das ist wirklich schon ganz dick Du Abend Lie Voila Ich hoffe, es hat geklappt am Tone Und Olga hat's auch am Tone Olga, merci Olga kriegst du nicht genug Du warst auch nur am Zoom, he? Und die Thea hin antwortet schon auf frohe Fantastisch Moje Giselle Moje Aspargo Moje Mohamed Voila Die Thea hat alles richtig Mais oder ein froh für die Vokabulaire Oder as alles Chloa Also, mir geht es eigentlich Moje, en fait, je vais bien I'm doing quite okay Ich kisinde, mais gut Je vois plus très bien I can't see anymore Very good And doof hier And that's why C'est pour ça Ich kann kein Auto mehr fahren Also, hier geht es natürlich Bei den einen Doktor Und c'est da aufwärt dich Since a few days For a few days now Several days Depuis plusieurs jours Und ich tebe auch weg J'ai mal au vent Stomach Und ihr proposiert um halve elef Das ist gut Et das paar nicht auszuhalen C'est presque pas à supporter It's not bearable Almost not bearable anymore The pain Und dann den anderen Hi Mein Genick Mein Genick Das ist ganz steif Red Sie kommen blockade It's almost like You cannot move it anymore Und die Muskeln Die Muskeln sind ganz verspannt The muscles in the back They are tense Or how do you say it in English Sie kriegst B Und ich gehe auf dieselbes Platz Da könnte ich noch an 2 Wird er geschrieben I'll go to the same place Ich will schäle mit dem Doktor Hast du auch gerne Kaffee? Ich verdrohene Ich supporte I cannot stand Kriegst du ein Puppelchen? Maybe you get a baby Vielleicht du hast du ein Baby Morgen ist bei dem Doktor Denn TH schreibt Ein Haut-Doktor Das ist ein Doktor Den Haut schafft Den Haut-Doktor schafft Haut nicht Perfekt Haut an Haut Dei selber ist la même The same Fred Le Monegasque Bon, also Also hier geht bei der Kini An der Feier Die geht Da geht man dann bei der Gynäkolog Und hat Sein Zähne My back My back My jaw My cheek Als geschwollen Enflé Swollen Du armt You poor little thing Oh la pauvre Du armt Man denkt im T Das ist eine Frau Weiblich finde ich sie sehr schlecht Aber da gucken wir erst die Lesungen Also hier haben wir den Eend Der ist Der Ophthalmolog Den einen Doktor Den zwei Der ist Der Bauchweh Den drei Der ist die Kini An der Feier Der ist Der Frau Der Doktor Und wenn man auch den zwei Den zwei kann der mit Der Generalist Den kann er auch Den drei Er ist da doch Oh Und dann Der von Er ist Der zehn Doktor Do you have a question Stiff neck Yeah Merci Merci Alles richtig Eigentlich Fred Le Monegas It geht Me Eigentlich Good I'm doing Rather Okay Je vais Plutôt Bien Eigentlich Hi I'm Son Plutôt Den Finan In Adobe Was auch ganz clever Ich bringe immer Amnistie Die Bar Du Zoll Los Okay Also Das Mal Gemach Und Da Könnt Die Nächsten Exercius Die Nassai Da Gehen Ich Zurück Ob Seit 110 Ja Die Haben Mal Gelaus Statt 143 147 Hallo Bei Wir Müs Dir Gehen Liest Beispiele Aus Schwarz Zwei Also Das Das Der Rode Punkt Und Das Der 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 Punkt Und Der 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 Rode Punkt Da Geht Immer So Am Zick Zack Hin An Hier Also Madame Seht Er Schwanger Da Musst Du Bei Der Doktor Gehen Bei Weil Das Person De Weil Das Männlich Den An Den F Verschwinden F Und Da Seht Die Person Die Seht Mit Kein Zündung Am Ein Infektion In 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 Die Eye Da Musst Du Bei De 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 Doktor Gehen Mein Klingt Mädchen Als Krank Da Musst Du Bei De Kanad Doktor Gehen Und So Weiter Alexander Fried Ich Kann Den Moment Nicht Und Ich Kann Den Am End Nicht Für Mich Sind Die Zwei Okay Ich Sind Zufrieden Ich Satisfied Ich Ich Satisfied Zufrieden Da Gucken Mal Erst Lesung Versteht Du Alles Also Schon All Dach Der Bauchweh Da Musst Du Bei Den Haus Doktor Oder Bei Den Gastrolo Gehen Ich Gesinn Nicht Gut Ich Bois Très Bien Manch Bist Du Mit Haus Da Musst Du Zoomen Da Musst Du Bei Den And Doktor Gehen Es Ist Schon Ein Moment Richtig Deprimiert Da Musst Du Bei Der Psychiat Gehen Ich Krei Nicht Gut Luft Mein Nose Ist Immer Zo Ich Will Nie Boucher My Nose Is Closed Do Say Like That Da Musst Du Bei Den Haus Doktor Oder Bei Den Ohren Doktor Gehen Mein Muskel Sie Ganz Hart Er Verspannt Da Musst Du Bei Die Kine Gehen Ich Brauche Eine Ordnung Für Blut Analyse Da Musst Du Bei Den Haus Doktor Gehen Schuhr Raut Platzen Schuhr Das Raut Red Spots Da Musst Du Bei Den Haut Doktor Gehen Erst Dat Mäschlisch Dei Link Für De Zoom Am Chat Ich Weiß Lennet Genie Was Du Willst Mola De Zoom Die Man Ich Nümen Für Schüler Die Bei Inl Oder Bei WDL Angeschrieben Sind Mola Du Kannst Mal Aber E-mail Checken Also E-mail Adress Aus Lux Dico At Gmail Dot Com So Verspannt Ja Tense Stiff Verspannt The muscles In my Back Are Stiff Verspannt Alexander Fried Psychiat Ja Der Psychiater Und Sie Psychiat Ja Effektiv Sie Psychiat Sie Psychiat In Vielleicht Geht Doch Mola Ger Geschieht Boah Also Den Nächsten Sie Mal Gemä Das Bisse Komisch Tatsächlich Alles Männlich Beiden Deren Doktor Das Das Wird Bei Deren Doktisch Schreibe Net Heine Bei Doktisch Mit D Apostrof Weil Das Ist Fra Geht Ob Aller Fall Auch Kein Diskriminieren Boah Dann Nicht Seit 110 Gemächt Haben Wir Noch Dad Das Detail Gemächt Da Komm Mal Bei De Nummer Feier Seit 111 Und Das Zusatz Material Ihr Wisst Ihr Könnt Zusatz Material Tele Charger Auf Der Internet Seit Vom INLL Ist Die Nationale Die Land Luxemburg Da Gucken Mal Das Zusatz Material Un Also Da Gehen Ich Fangen Für Für Und Zusatz Material Schweizer Die Lütze Boy An Hayas Übung Von Da 111 Übung Nummer Feier Und Da Schönen Drei Köchten Schönen Fäfisch Hell Blue Das Männlich Wird Rosa Weiblich Wird A Green Das Sind Die Sächliche Wird Und Da Muss Da Hei Die Wird An Die Richtig Kolonne Setzen Das Können Man Natürlich Loh Hei Nicht Machen Schüller Schüller Kapt 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 Arm Arm Ere Lebo Ere Be Ere Lebo Das Do Fanger, Fangeren, Reck, Bauch, Hämmer, Silderriere, so that's what you are sitting on. Knee, Kneehen, Faus, Face, Zand, Zähn, Bag, Bakken, Kön. Den Hals an den Mund. Das sind alles männlich, wir da. Da kommen wir mal bei die weiblich, wir da. Schöller, Schölleren, Hand, Häm, das ist der Pluriel. Hüft, Hüften, Tüften, diesen Hai. Lässe meine Mäns sur die Anhanche, Hüften. Wut, Wudem, Wut. Ich meine, dass der Titan, das ein Teil vom Behn, kann den Hals so. Da der Titan, den doden Teil vom Behn, Tüften. Zeif, die sind Hai, Zeifen. Die Stier, das ist Hai. Das geht loh, er ist geschrieben mit I, Ö, R. Die Lübsen, Zung und Nuss. Alles weiblich. Und danach die Säschlisch wieder. Geneck, Behn, Gesicht. Dann, Taperhoher. Die sind Hai, Taperhoher. Und Hoher, ja. Da wüsst ihr, was Hoher sind. Und Dohren. Dann haben wir also Taperhoher und Wimperren. Voilà, dann ist das alles schön, proper, für ihr ist ausgefüllt. Könnt ihr erst das hier hin. Und gucken, an Auswendung leeren. Vergesst nicht, ihr müsst das alles auswendung leeren. Wenn ihr es nicht auswendung leert, ja, dann verhält ihr es nicht. Da gehen wir, äh, sichern etwas an, das für ihr ist. Und zwar, wenn ich da ein Internet, äh, äh, schon do Exerzisse gemacht. Aber wo sind dann die Exerzisse, die ich extra für ihr präpariert habe. Die sind Hai. Fahler. Und wir setzen sich den Link hier an den Chat. Dann könnt ihr den Exerziss auch schön dohem spielen. Also, da ist das den ersten Exerziss. Gehen wir schon mal raus. Voilà, mit Learning Apps, an denen ich siehst, das Gesicht, das Visage. Und du hast das Gesicht mit den verschiedenen Pfeilen. Und wenn du auf den Pfeil klickst, Puff, da kommen hier die verschiedenen Mäßigkeiten. Und in diesem Fall ist das natürlich hoher. Voilà. Dann gehen wir hier, wenn ich hier hin klicken, kenne ich hier an verschiedene Mäßigkeiten. Und in diesem Fall ist das natürlich ein Aua. Das ist sehr schlimm. Den Exerziss könnt ihr also dohem spielen. Das ist ganz schön. Und dann zum Schluss von der Fertig. Sie klickt da Hai. Für zu verbessern. Und schon erst aber auch nach diesen Exerziss für zu weisen. An denen hat Tessi alles gemacht. An denen hast du beim Doktor Instruktionen verstorben. Und er geht nicht mehr an den Niveau B1-2 gemacht. Da werden wir ja alle auf dem Buch. Wir hoffen, dass das geschwächt wird. Für die B1. Und dann haben wir hier auch eine schöne Bildung. Mit Texten. Und dann muss man den anderen kombinieren. Zum Beispiel Hai. Was tun wir dann do? Hai. Die Do-Foto. Dann das den heutigen Text. Reflex-Test machen. Dann zittert den Hai. Und dann Puff. Verschwannen die Zwei. As dat net scheen. Aber tun wir noch hai. Do. Die Lungen, die Röntgen. Die Lungen, die Pumons. Röntgen, X-Ray. Wie seht ihr Röntgen auf Französisch? Wie kann man da dann in den Chat schreiben? Der Genier schreibt. Merci, Jérôme, für die Complimenter. Der spielt auch ganz gut Piano. Oh, das läuft. Genier. Ich kann es ganz besser. Ich kann immer noch nicht richtig Noten lesen. Katastroph. Mich weiß. Die Linkshand, das ist die Önnerzahl. Und die Röntgen, das ist die Irrwischzahl. Und dann fängst du auch bei C, D, E, F, G, A, B. Und dann geht der Mund. C, D, E. Ja, das ist nicht einfach. Ja, also die Lungen, die sind dann Hai. Puff. Den Exerzis könnt ihr auch hier spielen. Für die Radio. Merci, Alexander. Das ist nicht schön. Alles, was ihr könnt interaktiv trainieren. Alles, was ihr könnt, für die Lütze zu lernen. Das ist ja fantastisch. Freier geht das nicht. Ich freue mich, wie die Leute hier Lütze zu lernen können. Haut geht das alles. Und plus, wo dann nach Hai scheinen den L.O.D., Krankenschein, Sick Note, Französisch, Föyde Maladie oder Kanschete Maladie am Krankenschein sind. Und dann gehen wir raus, dass der Computer nicht durchgelegt hat und dir auch nicht mit Ehren an. Und dann gehen wir an den PDF und dann holen wir an. Die nächste Zeit, also Übungen am Zusatzmaterial, haben wir gemacht. Oder hast du nachher am Zusatzmaterial in den Stamm gucken. Du, 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 du. Ja, du hast nachher, die kann ich euch auch kurzweise in einer Übung am Zusatzmaterial. du hast du willst du nicht mehr groß gehen gucken wir mal was wir machen können also seit 111, das ist die Bunkfeier trainiert das Vokabular vom Körper zu zweit wie heißt das auf Lützebäuer? das ist ein Irrlebau wie sieht das in Irrlebau an den Spruch? und da siehst du das auf Japanisch, Russisch, Englisch, Chinesisch whatever spüren ich und da kannst du das Spielchen spielen du kannst aber auch das heute Spielchen spielen der Mensch hat fünf Sinne fünf sonst, und die kommt so die Liste schreibt, setzt fertig also dauern hören riechen gucken schmecken wird es dann das vernünft? fehlen und da steht halt Mathefangere kann in Taschen touché touch und da gucken wir als Lesung und das ist dann der Mr. Seite 13 sind oder wo ist das? wurden statt beschrieben gucken wir mal Seite 13 wir können die Juhai am Video Chat leider nicht spielen da lesen ich erst denke vier Mathefangere kann in Taschen Mathen Aar kann in Gesinn Mathen Ohren kann in oh one one can kann in Heeren Mathe Nues kann in Rischen aber mit der Zung kann ich machen taste it was ist der Bauch auftesten ja auftesten das ist schon mehr wie analysieren mit der Fangen testen als schüßt vielen auftesten als sehr sehr testen mehr analysieren ähren ja das ist der Pluriel die Eyes wird ein Molle merci schreibt der Name du bon da gehen wir zurück an ein Basisbuch an das haben wir ja da gemacht wenn hier steht Übungen da musst du abpassen da sind da mindestens zwei nummero fünf das ist ein mehr langer Exerzis guckt Pilla an die erste Dialogstecker setzt den Dialog an die richtig Reihe voll also du mein fünf pardon fünf Bilder und hier fünf Texte ein zwei drei vier fünf und hier müssen wir gucken wer für den Dialog passt bei wer für ein Bild sounds easy aber leider sie kann Audio Dateien das heißt ich muss das alles allein lesen sorry ja sie kann ich kann kein aufspielen ja weil und dann kann ich den Dialog auch zu zwei spielen ja da können noch da fährt schon das nächste k seit 112 boah da lesen ich erst vier meine Stimme hast schon ein bisschen hier ist das ist super flott am Zoom muss ich schon so am Zoom können die Leute dann siehst du lest du lest du während der Klasse also zwei Punkte voilà hier ist eine Rechnung wollt ihr direkt bezahlen oder ich weiß ihr das kann ich mit der Karte bezahlen ja natürlich da bezahlen ich direkt hier ist meine Karte da geht wenn ich lebt ihre Code an voilà wenn ich lebt eine Karte an Rechnung ich wünsche ihr noch ein schönen Tag gleichfalls hier ist mit der Karte da tisch die hi situation die asthmatism bild ok können du schreven von von was dat du nächsten dialog als mir klang train de karte train de kap von ich lief ein bisschen op zeit ich kook er oren ich kook er oren du hast einfach nicht also sie die na so we train de kap op zeit ich kook er oren ich ging so nicht viel hoi ich kook da an toren und dann de nummer o 3 bonjour madame crema wie geht het is ah ne die mens ich hoi wie lang hoi die dat schon ma sind da zwe die ich kan nu jetzt nicht schlafen so schlimm as het hoi die auch fe ja gestern hatt ich 31 halven oder 31,5 da kommt setzt mich setzt ich mal he op britsch ja wahrscheinlich froh da mich lo ja was dat dan en britsch en britsch dat dat weist dat is kebet dat dat is just for beim doktor en britsch für sich dahin zu lehren dat kan hier nicht analyseren und ich ging so in das für das teute bild bild nummer 1 und da kommen wir schon bei nummer 4 da macht einmal er mund ab ich gucke hals oh je den hast ganz rot ho dir dann noch den hals wei ja und den bese wei aber nicht so viel wie touren touren wei könt vom hals die ho ein solid an gin oh mei wat kann den do geit machen da das hai ein solid an gin throat infection und da sind wir schon beim schluss u kommen wat schreift in der ne schenst es muß ich antibiotika verschreifen verschreifen versteht er dat preskriere die ut jo keng allergie op penicillin ne mei mei het kött me immer schläscht von den antibiotika da verschreifen ich auch nach etwas für de moe vor le stomach ich mei nicht das auch besser der bleibt hofft ja ich fühle mich auch zu schlecht verschaffen zu gehen ich schreibe wenn ich bis ender woche krank andere voilä hier das rezept an ehre krank schein merci die madame crema an ein gut besser und du ging so im bad als dann hi moe stefan de journaliste aus er am do hohe den eng froh ne da gucke mal als leisungen auch hi ein kehr und die verschiedenen dialogen auch nummer dabei 1 2 3 4 5 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 8 7 9 9 9 10 10 11 10 11 11 11 12 12 13 14 16 16 Schau gucken, was dann, ob er es zu können. Ne, nicht nur, für einen Meinden. Meinden, wenn ich um A22. Lest er laut den Text an den Denkblosen, was er richtig kreizt. Ja, dann muss er gucken, was passt bei was. Und dann leeren wir auch, es ist mir nicht gut. A moi, ça va pas bien, je me sens pas bien. Et das mir war, j'ai chaud, a viel hot. An Zeit 113, was muss er dann da machen? Ah, wir müssen den Lückentext ausfüllen, thematisch. Gucken, was passt bei was. Ich spiele den Dialog zu zweit. Also, wir bleiben da beim Sujet, beim Doktor. Und ich, Kinderloh, mal heuer mal raus. Und ich setze meine Kamera. Ah, nee, 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 nee. Fett, 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 fett. Äh, äh, und, ja. Und, du, 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 du. So, ich muss die Kamera holen, die Webcam. Und ich setze die Stammel vom Heu an den Eck. So, halt für so einen Eck zu setzen. So, man ist nicht gerade, aber ich mir das egal. Ja, holt ihr, von ihr, j'invroh? Und so 있습니다. Ja. Das kommt, du, 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 du. Und so ist es. Und so ist es. Und so ist es. also am französischen als dat engangin das ist französcht wird an einem englischen also schreiben ist der kränisch nicht richtig ausgeschreibt und sie light is throat infection ansolid c'est solide dann seriö ein schlimmer engen really painful doch das wird dreimal ich habe doch geschwöne dann proposieren ich das mal nach bösen spielen mama klangen exerziss wir können den halten exerziss fertig machen ich habe mir angefangen ein oa an der tai war das dat das ein a an do war das dat das ein nuss an hai dat kent sind im mund dat kenten einfach lebsen sind manchmal im mund männlich und du da sind dann das plurial an hai ja du kennst du noch so eine bag mich menschen heige merkte gesicht anheit das du da das ein hals an hai dat als ein schiller weiblich und dann checken ich habe die knäppchen und er jetzt super alles richtig und schnell ist es für man könnte selbstverständlich auch du im nanker allein gespielen alexandre gede deng expressio oplätze bricht für super krank mal hat kommen schien krank wie ein hund ich sie krank wie ein hund das geht ja du kannst aber so und ich sie stierwis krank und ich sie stierwis krank und ich sie malade kom la mohr und ich sie präde la mohr im nier death stierwis krank ummelden freten amadou als der tatsalwisch 2 a schreifen ja ummelden als mei mat telefon schwätzen dann a schreifen als mei mat schreifen mit resultat als der tatsalwisch kannst du zwei holen schmelen mich schon oder schreifen mich schon wala den exzess ist immer gemacht und dann den anderen exzess ist etwa also beim doktor ein ultraschall machen ich ging so nicht für high dann den urin an sichern die pipi dina sei tats und lungen auflausteren ja da da so rum die die für lauschen aber mei serieu genea passen dat als tats und lungen auflausteren ich ging so nicht für high der blutdruck muss da das high an der berg auf testen dat als dann high tipptopp alles richtig sarah schreift all artikel de la moore geht es der jargon für doktor den tubib das doktor doktisch mir fällt noch nicht an ich gucke mal an melodie wo sie vielleicht auch synonym doktor ne ich würde nichts für rendezvous beim doktor ja man soll nicht mal doktor ich gebe auch den doktor sommerhoch merci merci dann haben wir noch ein bisschen zeit ja noch fünf minuten da guckt nicht nach einer anderen exzessiv von delu für immer der scheiße spiele medizin spesend aber ich gucke mal ein gesicht hat immer gemacht das ist das ist ein bisschen traurig da sind bei learning apps nicht so gesagt man denkt im index mit er musste so gucken für den a22 ja du sind nicht am gangen du müsste ich dann nach sachen dabei setzen wir können aber auch film kitzmann oder pop quiz was will das spiele kitzmarin im film oder kitzmarin im lid sind nicht gespannt schreibt man dann den chat weil der lever kitzmarin im film oder so dann nämlich soviel film auch immer ich will lo pop lid analisieren an denn stefan schreibt ich grüte planke nil vom professor rauch verschrieben und dafür nicht keine angst führenden virus maja stefan wie ist das plakken nil äh dann äh verschreibe ich das doch äh öschu just mein buch so an mich masken an schon noch ein visier an mich händchen an ich bleibe nach ihm ich bleibe nach ihm äh interessant also stefan sieht äh moja Alexandra hat gerne Litz Natalia hat gerne Film La Soire Film Aspargo Film Giselle Elite also zweimal Litz dreimal Film Plakenil Hydro Hydroxychloroquine ja interessante Theorie Donald Trump sein Assistent ist krank den heute Corona hoffentlich geht Donald Trump nicht krank Eva hat doch gerne Litz so dann sind wir 50-50 boah dann machen wir Litz nicht krank und zwar und ich habe ähm gleich gehabt mal das Lied gemacht Last Christmas für Wem äh sind auch wo ich Piano spiele oder ich probiere Piano zu spielen äh das Lied hatte ich geguckt auf YouTube und du hast mal die Idee gekommen da komme ich meine Pop Quits äh das ist mal Michael Jackson dann mal Paul McCartney und da das Lied wie heißt das schon Taylor Swift und ich habe selbst für die Futurant äh wie heißt das 21 Pilots und ich habe Casebo I like Chopin schon die Clip immer so schön fand und ich habe Kläschen und ich habe Beethoven gespielt von Daniel wunderschön Moonlight Sonnette aber ganz traurig Bon Hier kann Wasser Javel trinken Oh Javel Hier kann Javel trinken Donald Trump Du bist nicht leif Stefan Bon also was für die sollst dann hören Mal hören mal alle das Lied was alles so gefangen hat Pop Quits Nummer 1 Michael Jackson und Paul McCartney Ich kann die Lied nicht spielen weil sonst YouTube Ah Rot Karte Illegal Copyright Dafür spielen ist die Lied nicht mehr der könnt ihr schon lauschen ich meine hast den Link an den Chat Ja Und dann was wir froh nun ist dann da stehen Manch bist zu mit klein da gesehen dass alle gut denke froh Nummer 1 hier sind die zwei Sänger von diesem Lied die zwei Sänger hier Paul McCartney Michael Jackson 2 das Lied veröffentlicht das Lied am Oktober 83 veröffentlicht 3 machen Paul und Michael am Video sie spielen in einem Billard 4 lang dauert Lied dauert ungefähr 3 Minuten nach 50 Sekunden 5 habe dieses Video gefilmt dieses Video aus Kalifornien gefilmt 6 Paul McCartney war ein member von einer Gruppe für ein Gruppe war das Paul McCartney war ein von The Beatles von Himmel von The Beatles hast du gesehen du hast die Kamera gesehen du hast du musst die Kamera wasch machen ganz an 7 als Michael Jackson zu Los Angeles gestorben Michael Jackson 2009 zu Los Angeles gestorben schreit schreit immer das scheint alles super sehr ja richtig nummer 1 als wie die zwei sänger die zwei sänger oder die zwei sängerin die zwei sänger mensch nur melodie sänger wie erst pluriel pluriel sänger war ich schwarze keine l schwarzen l o d sch nummer zwei schreit und alexandra ist zu stark die alexandra ist direkt nevendrun das ist überhaupt kein delay alexandra wie musst du das du sing mega gute leitung also zwei als dann wenig das lied veröffentlicht das ist passiv am oktober 83 ich werde den mal am lycée und das lied hat ganz viel was war und auch ein lewe clip und die Weltwander rei ja war alles picobello Michael Jackson hat Thriller herausbrüllt hier war stinkreich super berühmt und Paul McCartney und Martin zusammen gesungen alles war schön shiny happy people ja nummer drei was hat du mal geschrieben war was 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 machen Paul und Michael am Video sie spielen und anderen Bier sie machen viele Sachen sie machen Zaubertrigger sie tanzen sie spielen Musik sie spielen auch Bier ja schreibt 83 fast nach nicht geboren ja ist ja mir du mir das lied geläustert das war damals ganz bekannt an der ganzen Welt zwei Superstar Michael und Paul Alexander schreibt el tronar rules las soll schreibt Eugenia du bas jung Olga super also ein wenig zwei drei weit auf vier jahre tolga geschrieben wie lang ja wie lang dauert nicht dauert ungefähr drei minuten 50 sekunden feneff wöge auf diese film video gefilmt das ist auch passiv ich auf kalifornien gefilmt und das da wo Michael jackson neverland ranch entdeckt wird weil das gefilmt ist wo es neverland ranch ist und das hat mir so gut gefallen das ranch kaufe und dann hört auch der Copyright ob Paul McCartney an the beatles hier lied kauf und du war Paul aber gar nicht froh das ist von den beatles am radio gespielt gert dann bimmelt an michael jackson sänger käs klingeling klingeling hier war nicht dumm michael ja sechs an der paar mehr karten war mal von enger grub wert für olga ja äh Alexander schreibt du bist in 80er nostalgique 80er 70er 90er 2000er katastrophe 2010 2010 als also die best jahre waren 70er 80er ja aber wenn du so lit lauscht hast dann erinnert du durch und die zeit das ist wow das war flott ja ich muss eigentlich ein foto erweisen aus der zeit schrecklich boah an das sieben katastrophe was hat Olga hat richtig geschrieben ja, wenig ist der Michael Jackson zu Los Angeles gestorben er hat 2009 zu Los Angeles gestorben das ist also ein passé composé das ist ein Changement d'État dafür dann den Auxiliär Sinn er hat gelieft und dann er hat gestorben und das war Wahnsinn Wahnsinn wir waren den Tag zu ersten Nacht mit einer Klasse eine Visite machen wir sind immer mit dem Bus hingefahren und den Tag ist auch Farah Fawcett gestorben von drei Engeln für Charlie Trois-Ange für Charlie oder Drohle de Dame wie heißt das im Franzischen für dich die Fahrer und du nur wirst Michael Jackson ist am Spidol Michael Jackson ist immer am Spidol nee, du wirst Michael Jackson dort ja Katastrophe aber ihr könnt immer den Clip halt gucken kann ich echt nicht mehr rekommendieren also schöne Clip eine geschehe Geschichte und der Michael sieht super aus singen nur super schön hautfarf tja was willst du mal ich lebe das graus äh lass mal wenig oder weh aus weh viel vergangenheit äh ne weh du kannst auch an Zukunft so wen gehst du when when do you go und du kannst einfach so weh ich klein war when I was little ja du kannst nicht so weh ich klein war ah ja das ist interessant wen ich seh die weh nie und wen ich seh die weh merci lach sol äh du kannst dann auch mal ein kreiniges zis machen ja das sind so Sachen die machen wir automatisch und äh du äh das fällt erst dann ab wenn die Spruch lehrt also ja weh ist das da lo äh weh müthisch ne lach sol schreift fahrer war ein immens schäfer ja lach sol und hat wir zusammen mit Lee Majors und Lee Majors das war mein Held hier war der Steve Austin lom kivale samilio oder wat fahrer de schwes ne me ja schreift ja ich war 2009 dabei äh zuerst danach äh um Ausflug also ja stimmt mir noch Foto gemacht am Anik und du hast Michael Jackson gestorven wie mehr Basilika gegangen sind bei den Helge Willi brucht say 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 lieben das komisch Stefan wer erst vergangen hat richtig äh wat wollte ich da lo nach schreien ah nostalgie mo gucke wat sie do schreiven nostalgie äh ich denke mal nostalgie um in keiner zeit zurück ja nostalgisch als adjektiv sind aber du ok synonym von ich foto von mga he mischt gesehen guinisch nostalgisch da das wird nicole voller das war mein pop quits äh können da gerne du heben noch ein gespieler ich gucke gerne so auch Wikipedia Artikeln über die zeit und über die klippen und filmer und heute zusammenhängt und dann versteht ihn also was das dem ist und so weiter weil ich gucke auf da das schon noch nicht au ich so nicht viel mal merci da man ist meine ekran und ich setze meine kamera an den eck an den esel eck dann spiele ich glitt vom tigran singen mädchen ich weiß nicht ob der hat schon alle jahren und so weiter und ich kenne ich rendezvous für Mardino und Mardauer und B2 klasse ist meine um 13 Uhr in Zoom Session schicken erste invitation für niveau B2 als 13 Uhr und mit 9 und noch ein krum Erdauer Ricardo ist da Moje Ricardo Alexander Fried Wad für geht nicht dekliniert für Wad für da kann sie so von Wad frem film schwärzt dir die kelle film parle wu what kind of movie are you talking about ge geschieht iva bis mua viel moz merci dass ich nicht vergiss so don't forget me don't cry for me argentina also also litte vom tigran singen lebe mädchen auch den text da muss ich von ich text verweisen muss ich natürlich den logo ausmachen so und da könnt ihr den text vom litte und da man schreit den toh ne vache au vache merci se boye schmant ron jem her dä vach vach dä kii ni u ach stay home wè fay home mach litte boye schmant ron stay home wè stay home mach litte boye schmant ron kom a h o all end aus kratis er breit g jn jn litte oh us Untertitelung des ZDF für funk, 2017